Wieder mal ein Beweis, dass die Menschheit einfach, um es nicht zu formulieren, abgefuckt ist. Es ist so, gerade zu der damaligen Zeit, alles was unter dem Deckmantel, Kirche, Religion und so weiter passiert ist, what the fuck, da haust du nur Hand über den Kopf zusammen. Ja, meine Fresse. So, gut, dann gehen wir mal auf der Suche nach dem Dürren. Das war also, ich weiß nicht einmal, was das war. Ich auch nicht, aber wir haben eine Spur. Pragmatisch. Gefällt mir. Werfen wir einen Blick auf die Karte oder weißt du, wo dieser Turm ist? Warum nicht? Ein Blick auf die Karte, okay. Ziemlich beeindruckend alles, aber ich kann nicht glauben, dass du im Kloster warst. Meine Mutter kam aus einer wohlhabenden Familie. Als sie erfuhren, dass mein Vater ein Schmuggler ist, wurde ich in ein Kloster geschickt, um mich von seinen Sünden zu befreien. Das hat irgendwann nicht geklappt. Ich wollte lieber als freie Sünderin leben. Also flue ich zu meinem Vater. Wir müssen aufpassen. Wenn mein Traum falsch war, kann noch mehr falsch sein. Hey, zieh dich um. Alles ist gut. Das ist der hunderte Heer, stimmt's? Sie hat recht. Wir sind bei dir. Und das Schöne ist, wir haben eine kleine Secret Quest geschafft. Und haben eine super stabile Armschiene bekommen, die uns vor allem rettet. Von daher sind wir richtig gut unterwegs. Hey, wenn du den Weg nicht kennst, wirf einen Blick auf die Karte. Ja, danke. Hatte ich nicht vergessen. Okay. Gehen wir mal I. Was war noch mal Karte? Ich habe die Karte eigentlich noch nie benutzt. Lieber Codex. Nee. Genau. Normalerweise M für Map, aber gut. Wir gucken mal ganz kurz. Steuerung. Gameplay. Steuerempfindlichkeit. Nee, deine Steuerung. Gibt's da irgendwas mit Karte? Ich habe bis jetzt noch nie auf die Karte geguckt. Noch nie. Nö. Von da. Und Doris. Ja, gut. Röckengespür. Schlagen. Zielen. Da ist auch keine Karte. Rückwärts. Wie, A, S, D. Nö, da gibt's keine Karte. Also, komm. Und dann? Aber der einzige Turm, den wir hatten, war der hier. Und gehen wir einfach mal zu dem Turm, oder? Kann ja nur klappen. Flipp. Flipp. An diesem hellen Tag feiern wir den Sohn der Glutasche mit unserem Leben, unserer Freude und der Einheit, die uns mit der Mutter verbindet. Möge das Licht unserer Seelen den Sohn aus... Okay, da komme ich nicht raus. Mhm. Ja, ja, ja. So, wo ging's hier nochmal rein? Ähm. Und wo war der Aufstieg? Da war der Aufstieg. Alles andere. Ergibt erstmal nicht viel Sinn. Gucken wir jetzt nochmal hier rein. Das ist der einzige Turm, den ich jetzt aktuell im Kopf hab. Meint. So. Kletter hoch. Ja. Bisschen. Ungewohnt. Aber hier haben wir schon alles geplündert. Da hinten war das Rätsel. Da oben waren wir erst. Achso. Ah. Ich weiß, welche Karte sie meinen. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Gehen wir runter. Gut, gut. Aber das ist hier in der Nähe. Ach komm. So. Jetzt, weißt du, was ihr von mir wollt. Na komm. Vorsicht, es geht runter. Vorsicht, es geht runter. So, das war. So, wo? Da hinten. Wir müssen da aufpassen. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. So, wo ging's da nochmal rein? Wir sind da. Das Fest geht jetzt erst richtig los. Gehen wir hier durch. Das lohnt sich bestimmt. Sie sehen glücklich aus. Ja, aber ich sollte hier auf die Karte gucken, oder wie war das? Das war da irgendwo. Da. Da ist der Bogen. Und dann ging's hier irgendwo rein. So, komm, 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 komm. Okay. Ja, deswegen bin ich ja da. Fliegen kannst du nicht. Also hast du vielleicht Red Bull in der Hose. Ist hier irgendwo ein Turm? Nein, aber könnte dieses Symbol unsere Kapelle sein? Die, wo sie hingebracht wurde? Ja, stimmt. Sie scheint zu brennen. Ist bloß ein Bild. Das Heiligtum ist dort. Also muss die Kapelle auf dem Weg zum verzierten Baum liegen. Wahrscheinlich hinter dem Windmühlen. Wir sind also auf dem richtigen Weg. Los. Hugo, wollen wir nachsehen, wie weit sie mit den Vorbereitungen für die Feier sind? Alles klar. Vielleicht springen sie ja über Feuer oder machen andere unsichere Sachen. Jedenfalls sehen wir es uns an. Ja. So, wo ging es hier nochmal raus? Da hinten irgendwo da. Okay, irgendwo hinter den Windmühlen? Ja, da waren wir schon. Hof, gut, gut. Ey, du könntest uns ruhig helfen, ne? Anstatt, dass du alleine da hoch springst. Danke. Ich muss die ganze Arbeit machen und du hüpfst da rum wie so Jungs Reh auf LSD. Vielen Dank. So, okay. Gut, wir müssen, wo wir hin müssen. Jetzt gucken wir uns erstmal die schönen Blumengrenze an. Ich bin gespannt, was noch passiert. Irgendwie stinkt der Braten von vorne bis hinten. Irgendwas wird noch richtig WTF-mäßig passieren. Gesegnet sei der Sohn. Gesegnet sei die Mutter. Und die Tage, an denen er wiederkehrt. Schaut sie euch an. Die wissen, wie man feiert. Und würden sie die Wahrheit wüssten? Das brauchen sie nicht. Ist auch besser für uns. Ich wäre so gern wie sie. Du darfst dich nicht unterkriegen lassen. Und wie mache ich das? Denk einfach an was anderes. Ist immer so schön gesagt. Da drüben ist unser Turm, stimmt's? Naja, zumindest ein Teil davon. Hier ist alles so alt. Wie soll uns etwas davon weiterhelfen? Wir finden schon etwas. Richtig, wir haben hier schon. Du hast sie in deinem Traum gesehen, nicht wahr? Und dieses Heiligtum hatte auch viel zu erzählen. Oh, und die Tür ist praktischerweise jetzt offen. In dieser Kapelle. Gut. Aha. Wir sind fast da. Hugo, warte. Würde mein edler Ritter den Turm für mich erobern? Hä? Was? Ich will sehen, wie du ihn stürmst. Nimm ihn ein. Los. Ja. Bleib in Sicht. Ja. Danke. Das ist nicht leicht für ihn. Ich wollte dich fragen, ob du dir bei all dem wirklich sicher bist. Es scheint ihn sehr zu belasten. Ich weiß. Und das tut es auch. Aber genau deshalb machen wir das alles. Hör zu, wir kennen uns zwar noch nicht lange, aber ihr jagt Geister. Geister, die ihm Angst machen. Es war die Hölle, Sophia. Du kannst dir nicht vorstellen. Kann ich nicht. Nein. Aber braucht er wirklich mehr davon? Uns bleibt nichts anderes. Ich glaube dir. Gut. Kann ich jetzt wieder? Nein, ich kann nicht rennen. Ach komm. Lasst mich halt rennen, bitte. Geister. Ihr seid so langsam. Ja. Seid nett zu alten Leuten. Du bist gar nicht so alt. Und? Gehört der Turm uns? Nein. Abgeschlossen. Von der anderen Seite verschlossen. Sehen wir uns ein wenig um? Natürlich. Eieiei. Guck mal, hier geht's rein. Praktisch. Hier. Am Ende erobern wir ihn also doch. Übrigens ist Ugo der König und ich bin der Hauptmann seiner Wache. Du herrscht also darüber? Und du bist meine Schmugglerin. Ein königlicher Vertrag? Ich Ehre. Denk dran, wir müssen noch eine echte Festung erobern. Oh, stimmt. Die Festung und ihre Kapelle. Ja. Ui. Kisten, Kisten, Kisten. Das ist gut. Hier durch. Na komm. Das einzige Schöne ist bis jetzt noch keine einzige Ratte. Und das ist super. Das ist richtig angenehm. Dafür die ganzen anderen Quests, die etwas super anstrengend und nervig sind. So. Vorsicht, es geht runter. Ja. Erst hoch und dann wieder runter. Und dann wieder raus. Hin und her. Mei, mei, mei. Aber ich muss trotzdem sagen, das Spiel ist trotzdem sehr, sehr geil gemacht. Absolut. Na komm, mach auf. Ja, schon? Ja, gehen wir weiter. Nachdem wir die ganze Insel eigentlich schon durchsucht haben? Ja. Gerne. Der Blick von ihr gefällt mir nicht. Die Festung. Hoffentlich liegen dort nicht so viele Schriften wie in ihrem Heiligtum. Scheint jedenfalls nicht so verlockend. Graf und Gräfin haben sicher nicht in den Notizen gewühlt. Für sie sind diese Schriften viel zu heilig. Das finden wir nur auf eine Weise raus. Ja. Gehen wir. Und der Braten stinkt immer noch. Ei, 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 ei. Oh, eine neue Wehra. Was ist los? Ein Sturm zieht auf. Wie kommst du darauf? Vertrau mir. Hm. Er ist traurig. Alles wegen eines Traums. Wann hat dir zuletzt ein Traum die Welt bedeutet? Als ich aufhörte, ein Kind zu sein. Hm. Das ist eine schöne Blume. Möchtest du sie? Natürlich. Zack. Es gab eine Zeit, in der ich die Blumen bekam. Die Zeit verfliegt Süße. Sie werden groß. Na schön. Gehen wir zu dieser Festung. Los. Oh, Mann. Ich mag es hier. Hier bleiben hilft dir nicht, Ugo. Wir müssen weiter. Und ein Sturm wird aufziehen. So. Gucken wir mal, was hier auf uns zukommt. Hast du einer jungen Dame schon mal eine Blume geschenkt? Nein. Ich mag jetzt Federn lieber. Hm. Das Leben wird immer spannender. Erst Blumen, dann Federn. Federn sind besser. Warum? Weil man damit fliegen kann. Kapiert. Ach, flieg jetzt bitte nicht weg. Ja, wer weiß. Noch drei, vier Schüsseln Sauerkraut und ein paar Federn. Könnte das schon passieren. Leines Problem hier. Wie kommen wir da rüber? Sehen wir da unten nach? Na komm. Voller Würmer. Nicht so nah ran. Die Brücke sieht ziemlich brüchig aus. Bringen wir sie zum Einsturz. An der Stange ist ein Seil und ein Haken. Ja. Ähm. Von deinem Ankerpunkt aus kannst du mit der Armbrust eine Verbindung zum Objekt herstellen. Ah ja, 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 ja. Hm. Vielleicht mit der Armbrust? Ja. Wird es funktionieren? Hoffentlich. Ja. C. Ach, die andere steht bloß rum. Praktisch. Hat geklappt. Na, das nenne ich ein Geschenk des Himmels. Hält das? Solange du nicht springst. Kletter hoch. Springe nicht. Atme nicht. Mach einfach gar nichts. Hält schon. Dieser Ausblick. Wirklich schön. Ja. Sehr geil. Ist das schon das Meer? Noch nicht. Aber das kommt noch. Aber du gehst jetzt nicht, oder? Nein. Erst wenn ich mit deiner Schwester quitt bin. Was? Hat sie nichts gesagt? Sie hat mir das Leben gerettet. Oh, naja. Ja, zum Glück. Oh ja. Ich auch. Sehr schönes Panorama. Ah, lässt sich so aushalten. So, wir gucken erst mal hier. Und sprinten geht natürlich immer noch nicht. Ja. Hast du aber schön gesagt. Schön erklärt. Dann werden sie Krabbenfutter. 38. Sanft in den Schlaf gewiegt. Und dann werden sie gefressen. Ähm. Lecker. Guck mal. Fünf Stück. Okay. Upgrades sind noch nicht drin. Schade. Aber es sieht trotzdem sehr geil aus. Also, Lampide Design ist wirklich on point. Vielleicht noch ein bisschen mehr Sandstrand, aber so lässt es sich aushalten. Ah, da ist unsere Festung. Sie ist groß. Und unheimlich. Das Gebäude links. Sieht aus wie unsere Kapelle, oder? Ja. Denke schon. Perfekt. Folgen wir weiter der Küste. Ach, du Bruder. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Eine Leiche. Was? Er ist festgekettet. Wir müssen zurück. Nein. Wir müssen zu dieser Kapelle. Wir haben hier einen Toten. Wir bleiben vorsichtig. Das müssen wir. Gehen wir. Wow. Was haben die mit dem gemacht? Ja, bitte. Komm, hoch mit dir. Von den Wellen da schlagen lassen, oder? Oh nein. Da ketten lassen und dann bei Flut arm wird er einfach gegen die Steinwand geprellt. Oh, wie. Das ist auf jeden Fall ziemlich heavy. Was wieder die Aussage bekräftigt. Der Mensch ist einfach das größte Asoziale Tier auf der weiten Welt. Wow. Ach, der Drecksack hielt nicht still. Wir müssen denen echt Disziplin beitragen. Wer ist das? Weiß nicht. Bleib unten. Da sind noch mehr. Ach, nö. Würde es nicken. Eine hab ich. Die anderen sind entkommen. Scheiße. Haltet Wache, falls sie zurückkommen, um den Rest zu befreien. Ich bring die hier zurück. Verstanden. Die anderen? Lass los, du Schwein! Oh, mach ich. Bald. Ich will Ruhe. Tötet alle Eindringlinge. Wisst, wer sind die? Sieht mir schwer nach Sklavenhändlern aus. Ja. Sie fangen Menschen und verkaufen sie wie Tiere. Wirklich? Das hält uns nicht auf. Ach. Okay. Ich glaube... Es war ein Fehler, von dir herzukommen. Ja, genau. Und tschüss. Das Boy ist on fire. So, kommt der auch runter, oder? Muss ich euch erst einladen? Wir bleiben da oben, schön brav stehen. Ja. Quote, meinet. Ja, ich bin hier. Geht's dir gut? Ja, aber die meinen es ernst. Verschwenden wir keine Zeit. Verdammt. Ich hoffe, Milo hat recht. Wir haben genug Männer verloren. Wird schon gut gehen. Bisher konnten wir ihm trauen. So, muss ich die jetzt alle wieder ablenken, oder? Ich würde safe auf jeden Fall mindestens einmal drauf gehen. So, gehen wir mal nach unten. Okay. Ach, der hat eine Fackel. Der Mann. Er hat sie im Bett genommen. Was wird er mit ihr machen? Denk lieber nicht drüber nach. Können wir ihr helfen? Vielleicht. Wir wissen noch nicht, was vor sich geht. Naja. Das sind zwar ganz schön viele Leute hier. Was ist das für ein Ort? Zumindest nicht ihr Versteck. Würde ich sagen. Das muss aber ganz in der Nähe sein. Für die Wagemutigen ist da hinten wahrscheinlich eine Kiste. Aber ich bin heute nicht wahrgemutig. Was ist das für ein Fähnlinge? Was ist das für ein Fähnlinge? Was ist das für ein Fähnlinge? Ja. Verdammt. Was? Ich soll zum ersten Mal nicht tun. Ich hasse es. Aber am Ende muss ich es immer wieder tun. Ja, komm. Da steht der einfach... Ja, dann steh halt nicht daneben und mach nix. Na? Sondern... Mach irgendwas. Ach du Scheiße. Okay. Auf ein neues. Diesmal obenrum. Was wird er mit ihr machen? Denk lieber nicht drüber nach. Können wir ihr helfen? Vielleicht. Wir wissen noch nicht, was vor sich geht. Tötet alle Eindringlinge. Nicht, dass die wiederkommen würden. Noch einer. Oh. Okay. Wir müssen mal andersrum. Okay. Lässt sich auf jeden Fall schön lange Zeit. Ja. So. Sehr schön. Nein, nein, nein. Ich bin nicht da. Du siehst mich nicht. Okay. So. Okay. Okay. Wunderbar. Ja. So, da hinten sind wir anscheinend rausgekommen. Jetzt muss er da schön vorbei und dann können wir da durchhuschen. In der Hoffnung, es kommt jetzt nicht zufällig noch eine Treppe herauf. So. Nichts. Hier seid ihr also. Sie sind hier drüben. Macht schnell. Sie haben uns gesehen. Helft mir die Menschen. Los. Wir haben Gesellschaft. Hier drüben. Ihnen nach. Sie kommen. Sogar zwei. Ich weiß. Und ich will es nicht hören, Sophia. Na gut. Du warst nicht. Ach komm. Da war es praktischerweise besser. Wir nach. Haltet die Eindringen auf. Ach komm jetzt. Okay, wir gehen wieder unten rum. Besser ist es. Kann die Typen natürlich komplett on fire setzen, aber... Noch eine Kapelle. Nein, eher eine Art Tempel. Gehen wir rüber. Wir müssen einen Weg zur Festung finden. Milows Vorhaben jagt mir Angst ein. Wir mischen uns in Dinge ein, die wir nicht beherrschen. Okay. Aber wenn das der Preis ist, um den Grafen zu stürzen, dann nur zu. Okay. Denker weiß nicht, dass sie ihm wehtun wollen. Er weiß, wie diese Leute denken. Wenn wir reich werden, mehr von denen. Ich sei dir da nicht zu sicher. Er will allein das Sagen haben. Mhm. Wenn er noch mächtiger wird, wird das nicht besser. Stimmt. Ein paar Krümelgold sind aber trotzdem noch Gold. Okay. So. Wie soll ich denn da jetzt rüberkommen? So, der läuft jetzt da lang. Und der kommt... Das ist echt viele. Das sind echt viele. Komm, verzieh dich. Okay, der läuft doch schön im Kreis. Ich gehe mal weiter. Ja, das klingt doch gut. Könnten sich der Drillpen verstecken. Okay. Und wenn er da drin ist, müssen wir schauen, ob wir da durchwischen können. Ohne dass der da oben uns zieht. Hä? Moment. Ihr seid also da lang. Hier drüben! Los, schnell! Was jetzt, Amicia? Ach komm. Das war jetzt die Vorspeise. Ja, ja. Komm, wir waren fast durch. Und dann kommt dieser blöde Kaspar-Kopf und packt uns. Okay. Messer habe ich noch eins. Also Notfallkroniken abstechen. Okay. Hau ab. Aber nehmen Soldaten die Sklavenhändler nicht fest? Quatsch, nicht so viel. Das ist schrecklich. Weil die Aussicht auf Geld vieles möglich macht. Ja. So. Wir können halt nicht angreifen, das ist das Problem. Okay. Wer ist da drin? Wer ist da hinten? So, jetzt kommt der schon wieder da lang. Da brauche ich nicht rein. Okay. Ja, komm. Hasch nicht so. Ich... hab noch das Gefühl, dass er mich sieht. So, jetzt dreht er sich wieder um und guckt hier rein. Was schlecht ist, also dreh dich um. Der da hinten ist mir noch zu nahe. Der müsste abhauen. Moment. Da, ich sehe Sie. Sie haben uns. Komm. Hau ab. Leg da mich nur auf. Okay, da kommen wir nicht mal rein. Das ist super. Gut zu wissen, dass wir da nicht reinkommen. Das heißt, der Weg ist eigentlich voll von Arsch. Oder müssen wir da in das andere Haus? Das kann auch sein. Gehen wir mal in das Haus. Weil da ist keiner. Dann müssen wir hinter denen mal so ein bisschen herduggeln. Ich bin nicht da. Nö, nö, nö. Du siehst mich nicht. Was da kann ich mich auch nicht hinstellen. Sonst sieht mich der da hinten. So. Na komm. Nö, nö, nö. Du siehst mich nicht. Ich hoffe, der da hinten kommt jetzt nicht. Zeitverschwendung. So. Okay. Aber warum Sklavenhändler? Warum hier? Sie sind überall. Genau wie Mörder und Verräter. Solche Menschen gibt es leider Öko. Ja. So. Jetzt müssen wir warten, bis der eine wieder hier reinsteckt. Und dann müssen wir schauen, dass wir da durchkommen. Allein wir kommen wenig durch, wenn wir entdeckt werden. Was schade ist. Also könnten wir uns ein bisschen retten. Und dann müssen wir uns ein bisschen retten. So. So. Schauen wir mal, ob wir den... Da ist er. Der da. Der ist mir ein Dorn im Auge. Und das muss ich irgendwie lösen. Da ist er. Tadaa. Du siehst mich nicht. So. Sei Peter. Könnten überall stecken. Nach oben komme ich wahrscheinlich nicht. Dann lassen wir den nochmal ganz kurz vorbei. Und dann müssen wir uns mal einen Schlagplan überlegen. Wenn wir da irgendwie durchkommen. Na komm. Da bist du. Ich sehe dich. Und jetzt spring rein und mach. Tadaa. Nein. Keiner da. Okay. Ich gehe wieder. Sehr schön. Na ja, was magst du denn da hinten? Du kannst in die Blumen pflücken. Okay. Das sind zwei. So. Der Weg wäre auf jeden Fall einfacher gewesen. Okay. Der ist da, der ist da. Ich würde es mal, ich muss da hoch. Und der da rum, stolziert. Ich habe nicht genug Messer, sonst kann ich die alle einfach heimlich ausknocken. Okay, schauen wir mal von hier aus. Na, es ist wahrscheinlich zu weit weg. Und da oben zeigt er an, dass irgendwas ist. Okay. 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 Ich sehe da einen Schatten. Ja, wir sind auch überall. Meine Güte. Ich meine, ich mag das Spiel ja echt, aber diese Sneak-Dinger. Ah, da ist es. Da müssen wir hin. Oh. Okay. Nein. Ich bin gar nicht hier oben. Du hast nichts gesehen. Zeitverschwendung. Ja, dann hau halt ab, wenn es Zeitverschwendung ist. Gehen Kaffee trinken. Keine Ahnung. Kaffee trinken. Kaffee trinken. Kaffee trinken. Kaffee trinken. Was war denn das? Der hat doch nicht einmal ansatzweise irgendwo Feuer in der Hand gehabt. Das ist das. Ey. Komm mit hoch. Ich gebe mein Bestes. Höp. Ich seh's. Wenn wir hier da. Sie haben uns gesehen. Da unten sind wir. Komm, mach halt leiser jetzt. Sogar zwei, ich weiß. Und ich will es nicht hören, Sophia. Das wird laut. Ja, deswegen rennen wir ja. Stellt ihr vor. So, jetzt aber schnell. Ach komm jetzt. Will ich ja den Scheißbogen schützen oder was? Wollt ihr mich verarschen? Also den muss ich ausschalten. Na super. So. 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 Das ist eine Arschloch-Aufgabe. Sorry. So. Okay, ich muss von da aus auf jeden Fall dann irgendwie den Bogenschützen ausschalten. Muss aber auch schauen, dass der hier nicht gesehen wird. Das heißt, er muss... ...erst mal zurücklaufen. Und im besten Fall hier irgendwo liegen. Verdammt! Was? Ich seh zum ersten Mal wie du. Ich hasse es. Aber am Ende muss ich es immer wieder tun. Okay. Ich seh sie! Ihnen nach! Wie wäre es, wenn du dein Scheiß-Messer nimmst und den einfach absteckst? Sogar zwei. Ich weiß. Und ich will es nicht hören, Sophia. Na gut, tu, was getan werden muss. Das wird laut. Was? Das wollen wir, bevor wir mehr kommen. Ja. Ja, ja. Wie war es da? Schlapp sie auf! Wie soll ich denn das schaffen? Ganz sneaky. Das ist ja nicht möglich. Das ist nicht möglich. Und der ist da oben. So. Okay, dann schaue ich, dass ich ihn hier erwürge. Und zwar so leise, wie es geht. Hilft alles nichts. Da hinter der Maul. Das Problem ist, dass halt der... Ich verstehe es nicht. Wie kann... Da passiert nichts. Ich steche den bloß ab. Der hat nichts in der Hand. Das Problem ist, den Bogenschützen erwische ich von hier aus nicht. So, das heißt, den müsste ich von da oben auf jeden Fall irgendwie erwischen. Die scheiß Helden-Typen kannst du nicht richtig erwischen. Und der ist klar, Digga-Leder. Los, hoch da. Ich versuch's. So. Also den könnten wir eigentlich theoretisch passieren lassen. Aber bringt uns nix. So, wenn er da vorne liegt. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. So. Komm, hör auf, mich zu verfolgen. 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 Tja, jetzt heißt es rennen. Komm, hör auf, mich zu verfolgen. Und zwar sehr schnell. Hallo. Wäre schön, wenn die Kamera mitmacht. Gut. Ach, komm jetzt. Ach, der schmeißt es. Ja, dann. Nein, 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 nein. So. Jetzt aber schnell. Tür zu, verriegeln. Kettel gepflegt. Meine Fresse. Gut gemacht. Sind wir sicher? Ich glaube ja. Vorerst. Was für eine Arschlochaufgabe. Ich weiß. Die Tür scheint schon länger festzuklemmen. Dann müssen wir sie entklemmen. Aha. Entklemmen. Entklemmen. Tja. Tja. Genau. Ah, wir haben hier ein Seil. Okay. So, worauf muss ich schießen? Hallo? Mach mal. Ja, genau. Das ist ein Kronleuchter, glaube ich. Sieht schwer aus. Das schafft sie. Das schaffst du. Das schaffst du. Ganz leise. Nein. Wirklich laut. Wir sollten weiter. Ja. Jep. Aber vorher. Gucken wir noch mal kurz. Weil bis jetzt ist noch keiner da. Und so wie er geredet hat, werden die Ratten auf jeden Fall wieder kommen. Das ist schön. Dann kann ich wieder meine Ratten steuern. Ich will nur gucken, ob ich irgendwas übersehen habe. Nein. Okay. Vorsicht, es geht runter. Aha. Komm. Da ist die Festung. Gut. Okay. Warum kommen die Sklavenhändler nicht im Traum vor? Träume zeigen selten die ganze Wahrheit. Aber der Traum hat mich belogen. Nein. Wir sollten hier geheilt werden. Was uns die Träume nicht geben, nehmen wir uns. Das ist anstrengend, aber so ist das Leben. Ja. Träume sind meistens nur ein Hinweis. Keine Wahrheit. Nur eine Möglichkeit, wenn man es mal ein bisschen philosophisch betrachten mag. Gehen wir hier durch. Der Ort war so schön. Er kann es immer noch sein. Ich weiß nicht. So. Was haben wir hier? Tausend verschiedene Stufen. Nein. Okay. Oh, ja, ja, ja. Es zieht ein Sturm auf. Kletter hoch. Komm, hoch. Auch mit dir. Alles klar. Na komm. Was ist das? Ach, eine Workbench. Die brauche ich nicht. Ich habe meine Universal Workbench immer dabei. Oh, nein, 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 nein. Oh Gott. Ich dachte schon. Ist schon gut. Es wird schnell gehen. Zur Hölle mit dem Scheiß. Hast du ein Problem, Dias? Na ja. Diese Viecher tauchen auf, um uns zu fressen. Unsere Sklaven entkommen und du tust was? Du verschwendest, was uns bleibt denn eine Frau, die irre ist? Falsch. Wir arbeiten nicht mehr für die Gräfin. Es ist alles im Gemälde. Die Ratten, sie kündigen die Ankunft des Sohnes an. Und wie hungrig sie sind, oder? Also ganz einfach. Wir verwöhnen sie, wir verwöhnen das Kind und werden neben dem Thron Platz nehmen. Hm. Und der Graf wird sich für uns verneigen. Und die Welt wird folgen. Dann sag mir, wie viele werden zu Rattenfutter, bevor wir dieses Kind sehen. Du hast nicht genug Vertrauen. Und du hältst einfach nicht dein blödes Maul. Wow. Ne, danke. Ich hänge so ein bisschen an meinem Kopf. Wow. Wow. Da kannst du nicht mehr viel helfen. Es ist zu spät. Ich halte sie auf. Stopp! Mann! Richtig. Ich wollte sie aufhalten! Ugo! Du darfst nicht einfach Leute töten! Wieso, du tust das auch immer. Weil, und ich töte viel schneller als du! Du wirst niemanden einfach angreifen! Du hörst auf mich und tust was ich sage. Ist das klar? Ist mir egal. Sie werden nur sowieso alle sterben. Oh, oh, was war? Ja, lauf halt noch ein wenig langsamer, oder was? Aber ich dachte, wir hätten hier eine echte Chance. Ich dachte, du würdest uns nicht so sehen müssen. Geh und rede mit ihm. Ich brauche einen Moment. Ich verstehe. Hugo. Ich weiß, du bist wütend. Du wolltest nur helfen, aber jemanden zu töten, selbst böse Menschen. Sie sind wie die Inquisition. Wie wird er? Sie machen mit anderen Menschen, was sie wollen. Und manchmal zwingen sie uns zu handeln, ja. Aber überlass mir bitte diese Entscheidung. Das alles ist nicht fair. Ich weiß, aber alles endet, sobald wir herausfinden, wie wir dich heilen können. Komm, entschuldigen wir uns bei Sophia. Oh, Mann. Zumindest kann ich wieder die Ratten nutzen. Das ist doch schon mal praktisch. Es tut mir leid. Mir auch. Ja, gut. Gehen wir weiter. Jo. Also übrigens, ne, er kann Ratten steuern. Nur so, also falls es dir noch nicht aufgefallen ist, Sophia. Wir sind da sehr... Sehr gut. Ich muss das sacken lassen. Ja, Ratten. Ja. Wir sind in sowas halt sehr geübt. Meine Fresse. So, darf ich jetzt doch mal durch? Was ist da drüben? Zieh einfach mal dran. Ach, komm. Ich glaube, ich habe was gefunden. Du glaubst, du hast was gefunden. Achso, jetzt können wir da hochklettern. Okay, gut. Aber ich würde trotzdem gerne erst einmal mich umschauen. Oh, Gott. Nein. Melo's Werk. Er meinte, das Blut würde dem Sohn den Weg zur Kapelle weisen. Da drin ist also was. Das macht mir Angst. Okay. Gut, dann gehen wir doch erst klettern. Hoch. Ja. Sicher, sicher. Und das ist schon ein bisschen schräg jetzt langsam. Was ist das? Am Baum haben sie Sklaven festgekettet. So gehen sie vor. Seht. Ist das... Eine Stoffpuppe. Hier war also ein Kind. Ach, komm. Ein Kind als Sklave? Geht das? Leider ja. Oder? Tut mir leid. Sie nahmen ihnen die Puppe weg. Leg sie besser zurück. Er könnte sie nicht mal mitnehmen. Vielleicht ist das Kind entkommen. Das ist es, was zählt. Ja. Komm, Hugo. Gehen wir. Der Mensch ist und bleibt grausam. Okay, da kann man nicht... Na dann. So. Ja. Anhand der Feuerdinger... Wollte ich sagen. Wir kriegen gleich wieder Besuch. Wie lange müssen die Leichen nachher rumhängen? Sie sind hier. Bleibt unten. Bis die Ratten wiederkommen. Und danach der Sohn. Ach, das könnte ewig dauern. Nein, dieses Mal klackt es. Die Ratten sind hier. Das ist in all den Jahren zuvor nie passiert. Milo tut alles, um es zu schaffen. Und das zurecht. Das ist Wahnsinn. Ja. Finden wir Elion, die Kapelle. Die Arme hatte keine rossige Zukunft vor sich. Ist das ekelhaft. Alles nur, um sein Glauben zu bestätigen. Okay. Siehst du jetzt gar nicht, dass wir nichts wieder verwenden. Ja. Leider. So. So, da ist einer. Da hinten ist einer. Das sind drei. Da ist Feuer. Okay. Wahnsinn. Wahnsinn. Wo sind die Ratten? Sind die zufällig hier irgendwo in der Nähe? Ne. Da brauche ich nicht durch. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Das brennt schnell. Hä? Rauch. Hier? Los. Aber warum? Es funktioniert. So. Niemand hier. Ja, hast du. Du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. Da hinten ist einer. Da hinten ist einer für versteckt. Okay. Okay. Puh, das war knapp. Der hat mich beinahe gesehen. Da drüben sind zwei. Da hinten ist einer. Da ist einer. Na komm. Ist du hinter der Mauer oder vor der Mauer? Hinter der Mauer. Okay. Dann gehen wir mal durchs Haus. Große Kiste. Nehmen wir gerne. Da hinten. Okay. Das bringt uns nichts. Ach, da oben ist auch noch einer. Zur Kapelle. Das ist der letzte. Fahrt die Brücke hoch. Was machen Sie denn in der Kapelle? Das schwöre Ding. Was? Müssen wir dorthin? Was ist hier los? Alle, wann erhören. Einträgelingen. Sie kommen. Mir nach. Haltet Sie Einträgelingen auf. Einträgelingen. Das ist für euch. Ich schnappe. Ich weiß, dass Sie da runter sind. Die holen wir. Ich schnappe. Ich schnappe. Einträgelingen. Sie haben uns gesehen. Ja, und jetzt? Ach, komm. Ich habe keine Ahnung. Die Einträgelingen auf. Denkt ihr, wir finden euch dahinter nicht? Nö. Okay. Ich habe keine Ahnung. Einträgelingen. Hilf mir, die aufzuhalten. Wir haben. Einträgelingen. Kommt mit. Wir sind Einträgelingen. Die Einträgelingen auf. Kommt mit. Einträgelingen. Okay. Gut. Versuch, was wert. Aber ich komme da. nicht so schnell durch. Problem war, dass mich der eine da gesehen hat, als ich da runter bin. Oh Gott. So, und jetzt? Was ist denn in der Kapelle? Schlimme Dinge. Müssen wir dorthin? Tja, das wäre unser Weg gewesen. Die Mauern sind alt. Es gibt bestimmt eine Öffnung. Wir sollten nicht hinein. Sehe ich auch so. Wir müssen. Dieses Blutbad bedeutet was. Okay. Das heißt, wir müssen an dem vorbei und müssen da runter. Gut. Wir müssen auf den aufpassen. Der sieht uns jetzt zum Glück nicht. Okay. Hier ist irgendwo ein Spalt. Okay. Danke. Was wollte ich wissen. Okay. Was ist das? Da drüben ist noch was. Sie kommen. Ja, ich bin schon weg. Okay. Ja. Okay. Gut, der Weg hier hinter war, ist eine Sackgasse. Gut, okay, so, wo geht's hier rein, da siehst du die Menschen. Gott, erschreckt mich halt. So, und jetzt? Wahrscheinlich da hinten dann. Komm. So. Gut. Ja, ganz. Mach schnell. So, los, komm, komm, komm. Zumindest haben wir wieder Blüten. Dort kommen wir rein. Die Festung ist böse. Das mag sein. Aber wir sind noch zusammen. Stimmt. Ich hätte gern wieder mal ne... Sicher. Okay. Okay. Danke. Endlich einmal Einsatz. Nimm ihn runter. Geht's dir gut? Oh. 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 Verdammt. Wer ist hier? Hugo. Es ist vorbei. Ich. Ich konnte nichts tun. Schon gut. Du hast das Richtige getan. Uns machen lassen. Wir müssen weiter. Komm. Wie geht's dir Sophia? Ich. Ich hatte mir versprochen, das nie mehr zu tun. Tut mir leid, aber ich bin froh darüber. Ja. Gut. Okay. Versuch einfach am Leben zu bleiben. Mach ich. Ich tue mein Bestes. Ich bin zwar schon das ein oder andere Mal, aber hey. I try my best. So. Und? Schon alle überprüft? Fast. Du hattest recht. Einer lebte noch. Lass uns gehen. Ich will nicht wie Dias enden. Und du hast das Gitter noch nicht oben. Hey! Öffnet das verdammte Tor! Ich werde gehen. Ihr könnt euch im Karren verstecken. Aber was ist mit dir? Du Mann, was macht er denn? Unglaublich. Unglaublich. Ja. Entschuldigung. Na siehste. Geht doch. Das wurde aber auch Zeit. Jetzt rein da. Sophia ist weg. Wir machen uns wieder alleine. Komm. Ja. Wo steckt sie nur? Ja, sie muss ihre Arbeit machen. Amnesia? Was? Sie kommen. Ja. War klar. Oh nein. Nicht jetzt. Nein. Zu früh. Sie sind zu früh. Macht schon. Bewegt euch. Ach du Scheiße. Wir brauchen Zeit. Ich werde zur Kapelle gehen. Ich schließe die Blutlinie. Okay. Es sind so viele. Ich. Ich habe sie hergebracht. Das spielt jetzt keine Rolle, Hugo. Keine Panik. Denk nach. Sieh dich um. Ja. Bin schon dabei. Ja. Sophia. Da bist du ja. Ha. Was zum Teufel ist passiert? Es ist schlimm, Sophia. Siehst du einen Ausweg? Mit den ganzen Viechern? Nein. Naja, vielleicht. Aber das wäre... Ah, vergiss es. Entweder es klappt, oder ich bin tot. Ich kann nicht fassen, dass ich das mache. Das Ding ist unglaublich. Ja, mein größter Schatz. Ich war mir nicht sicher, ob es genug Licht aus dem Feuer bündeln würde. Kommt runter. Ja. Gut, dass du wieder da bist. Ja. Danke. Praktisch. Ich kann uns drei damit schützen, aber ich brauche noch ein Feuer, um uns durch diese Hölle zu führen. Ja, dann. Gut. Die Raten überlasse ich euch. Sag mir einfach, zu welchem Feuer du willst und wann ich aufhören soll. Ja. Vertrau mir. So. Okay. Okay. Alt. Sophia, bahne uns den Weg. Bleib bloß alle im Licht. Führe mich. Zur Kiste. Die Kapelle liegt hinter diesem Graben, stimmt's? Stimmt. Und wir müssen irgendwie rüber. So. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleib bei mir. So. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleib bei mir. So. Ja, das ist okay. Wir werden nur gucken, was hier los ist. Ah, ich hab kein Messer. Schade. Schade. Da wären jetzt nämlich ein paar schöne Ressourcen drin. Ich brauche unbedingt die größere Tasche. Okay. So. So. Wir werden nur warten bis das Feuer aus ist. na klar das ding ist super praktisch was das einfach an so hat wie es klingt ja wir können ich bin euer licht und ich führe euch in die nächste bar so ganz schön viel feuer ich bahne uns einen weg da kommt immer mit ok gut ich habe so die befürchtung dass ich da was verpennt habe geht doch sie kommen durch ja diese kleinschmarotzer so war klar so jetzt macht euch mal da hier denn sehr schön ja direkt hinter diesem fallgitter ich will nicht alles klar was wird er tun die beschützerin wurde also dorthin gebracht ja gehen wir rüber dann müssen wir erst einmal das ganze licht ausmachen dann brauchen wir das da das da ist er tot keine ahnung was mit dem ist aber ich bin froh dass er sich nicht rührt dann kommen wir hier schon mal schön runter hier steht da nicht so wir haben jemand greift mich an alle eindringlinge sagt bescheid wenn ihr was seht da werde ich drauf na komm keine angst sehr nett danke so als hoch hat mir durch tut mir leid was muttert mut na ja alles friedlich alles friedlich und die macht lärm weißt du sag warm ganz unerfällig das kriegen wir raus so 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 ich verspreche augen auf eindringlinge zeig ihnen was wir drauf haben mhm so okay wir müssen an dem kasper kopf vorbei das heißt wir müssen irgendwie das licht abdrehen riesige geräuschkulisse einfach nur lecker die lassen sich seit schmecken schlimmer als die ratten sie sollten alle tot sein denk sowas nicht du bist besser so okay das waren die ganz sicher das ist unser weg schaut sie gehen auch rüber lass sie sie können uns helfen ach endlich auf und such die eindringlinge scheiße nehmt die Fackel nach oben das treuert sie auf das war's wir müssen am Fallgetaperei das geschieht dir recht scht ruhig als Gefangene musste Elia genau denselben Weg gehen was war mit Basilius passiert ist er wird traurig er ist die Antwort nach der wir suchen da drüben steckt ihr vorsichtig so ich würde ja gerne deine Fackel ausmachen aber ich komme nicht richtig ran das seid sicher ihr wer weiß von uns also da drüben steckt ihr weg hier scheiße er ist tot übernimm dich nicht ich schaffe es so okay Okay. Machen wir erstmal hier Licht an. So. Wir müssen aufpassen, weil sonst geht der Kleine wieder durch. Okay, das wird nix. Das reicht, hör auf. Natürlich. So. So. Ach komm. Da ging die Flamme aus. Oh Mann ey. Ich würde auch einfach nur da drüben irgendwie reinkommen. Oder gibt es da noch irgendwie eine Möglichkeit. Echt jetzt? Die ganze Scheiße nochmal. Das ist so ein absoluter Sockenschuss. Gut, das heißt, der hat irgendwie einen Bug. Keine Ahnung warum. Sind wir denn böse drum? Okay. So. Ich bin angeschossen. Fündel die Dreckssäcke. So. So. Bevor sie uns angreifen, nehmen wir sie gleich. So. Okay. Dann haben wir das auch erledigt. Ach komm jetzt. Ich hab's euch die ganze Zeit schon gehört, aber warum? Haltet die Randen so lange wie möglich von der Kapelle fern. Verstanden. Direkt hinter diesem Fallgitter. Ich will nicht gestört werden. Das geht nur dem Sohn und mich was an. Was wird der Ton? Ihr habt ihn gehört. Alle Wache halten. Und lasst das Fallgitter runter. Die Beschützerin wurde also dort hinten gebracht. Ja. Gehen wir über. Da kickst du, wa? Ihr wolltet doch, dass ich da bin. Also. Hier, bitte. Wie geht's? Was? Es ist nichts. Vergiss es. Gehen wir weiter. Du gewannst dich dran. So. Okay. Alles friedlich. Na ja, alles friedlich. Ja. Wurden nur von Ratten gefressen, aber hey. Alles friedlich. So. Das hier ist noch schon. Wie immer. Wir schaffen das. Mhm. So. Ziemlich, äh, strange. Ob das muss ich sagen darf. So. Ja, ja, ja. Die waren das. Ich finde dich auch. Schau mal her. Konzentrier dich. So. Okay. Okay. Jetzt finde ich euch sicher. Vorsichtig. Ja. Hört doch, das klappt wunderbar. So, gib mir mal so einen Topf. Okay. Wo ist er denn? Das boah ist an Feier. Da kickst du, wa? Na ja, wir sind hier, komm rüber. Da drüben seid ihr. So. So. Warum denn? Tja. Versuch das nochmal, ich krieg dich. So. Okay. Bleibt genau wo ihr seid, ich komme. Mhm. Kannst du gerne versuchen. Mhm. Aber mir fehlt so einen Topf. Weil ich den Kollegen on fire gesetzt habe, fehlt mir einen Topf. Nö. Weil du kommst hier nicht rüber. Ganz einfach, solange das Feuer an ist, kommst du nicht rüber. So. Das ist das Schöne für mich. Einen Topf, danke. Heute gibt es einen Topf. Oder zwei Topf. Oder drei Topf. Okay. So. So. Krieg dich wieder ein. Das ist unser Weg. Schaut, sie gehen auch rüber. Ja. Gern ja. Das ist unser Weg. Vielleicht. Ist das zu nah, zu weit? Okay. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt rüber kommen, ohne zu sterben. Eieiei, Junge, du hast aber ganz schnell abgenommen. Bestimmt bei imakeyousexy.com mitgemacht. Ach komm, ich stand doch im Licht. Ich stand im Licht. So, wo sind wir jetzt? Ach, wir sind drüben. Okay. Oh ja. Okay. wie geht es dir ok das heißt wir sind dahin dahin und dann dahin oder was sehr gut habe ich daran irgendwas verpasst mach uns den weg frei wunderbar so ein prisma ist halt einfach die beste ich will irgendwo gebombt wie können die da überleben wir müssen das hochziehen ok war klar na gut ok wo ist das licht sehen wir nicht wir sehen es nicht ja dann geht er einen schritt zurück oder so ok wird er klappen können so besser man sollte vielleicht den ein oder anderen nicht den tod wünschen so sehr man sie auch hasst ja fast eigentlich philosophisch hier ja aber es ist so 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 wir sind über dem tor die kurbel müsste hier sein ja da ist sie da ist sie da waren noch mehr es gibt kein zurück wir sind zu nah dran was wenn nichts in der kapelle ist verspricht mir dass wir zurück zu mal an lucas gehen ich versprochen klingt vernünftig das ist ein komm ein bisschen näher das ist kein thema komm da schon wieder er wollte es doch er hat sie doch herausgefordert da ist es selber schuld ganz ehrlich so schnell herstellen was geht das mit diesen ratten wird nichts gar nichts das heißt sicher ihr der ging aber richtig in flammen auf der junge so so weißt du was wir haben uns verstanden so ein stecken warum springen die da über den zaun sind die doof so so wo halten wir hier weg mit euch das ist wie ein albtraum vielleicht ist es ja einer ja wir sind da ich habe angst zusammen schaffen wir es so ihr habt nie durch die stahltür gesehen dass das tor auf ist ich bin immer noch sehr gespannt was hier noch passiert weil irgendwas hier keine ratten her das ist schon mal gut schauen wir uns alter ist das ekelhaft schlimmer ist es leider die bittere realität das ist ja das schlimme daran dass die menschheit so war und auch noch mal ich würde jetzt nicht sagen zum großteil doch zum teil so drauf ist dass die für ihren glauben oder für ihre überzeugung so etwas machen mein gott lass mich halt sprinten ich werde doch nicht nur umsaunen ist hier irgendwas darf ich danke okay gehe ich mal davon aus dass jetzt aktuell nichts ist ha wow jach egal oft und dann endlich ob man das unbedingt haben will es ist der sohn es gibt so viele davon die sind ziemlich neu wer war das melo dieses gemälde das sind der träger und seine beschützerin sie kommt nur auf diesem hier vor ja und wurde diese kapelle ihr gewidmet der beschützerin elia war bloß eine lückenfüllerin das war ihre funktion innerhalb des ordens sie wollten sie bestrafen na geil finde elias spuren ich finde ihre spuren aber aber wir werden jetzt erstmal eine kurze pause reinschmeißen tun wir jetzt wir machen weiter hallöchen ich bin wieder da so so dann finden wir mal ihre spuren von der ordens tante gehen wir unten nach wo zum teufel ist melo weiß ich nicht geh doch grad nach unten eine gruft da ist nichts bist du sicher ja nichts ist wie es scheint nein 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 omnes tuendo beschütze einen beschütze alle das ist von der beschützerin mhm der orden hat sich hier eingesperrt eine schöne dynastie von schwachköpfen ist das da ist noch nicht ausgedrückt das ist noch nicht ausgedrückt bitte pass auf vielleicht ist da eine spinne drin da ist dieses ding schon wieder sie ist wütend sorgt sich um den träger er ist so jung sie will ihn zurück und sie weiß wohin sie ihn gebracht haben das heiligtum der palast die festung ja was ist im zentrum dorthin brachten sie ihn warte so leicht ist das hier so einfach unter der karte so einfach ihr vermächtnis ist das für die nächste beschützerin sicher das ergibt sinn wie auch immer ein weiterer tag in deinem leben gehen wir zurück zur karte schon wieder ganze scheiße nochmal zurück doch ein sockenschuss oder wir wissen immer noch nicht wo milo ist naja sein werk schien ohnehin vollendet zu sein war klar war klar was was die hölle macht sie da drin dieser ort ist heilig nein du du hast meinen ruf erwidert hat dir mein opfer gefallen ich kann dir helfen ja ich habe männer sklaven du hast sie aber getötet für dich die gräfin sie bezeichnet sich als mutter aber du brauchst keine mutter du brauchst diner sag mir nicht was ich brauche du brauchst einen psychologen oder sowas du bist die vom gemälde nein sie sag nichts sie haben milo getötet natal sie kommen versteckt euch pass auf wir go auf sie haben sie haben milo abgeschlachtet hierher wir brauchen jeden als dem wach tötet das mädchen los siehst du einen ausweg sophia nein noch nicht alles ruhig du hältst uns jetzt nicht auf ihr macht einen fehler bleib ruhig beherrsch dich ich dafür böse enten amicia es muss ein ausweg gehen dann finde heraus wo amicia lass mich helfen nein du bleibst hier beendet das ritual könnt ihr ihr blutvergießen verlust der sohn vielleicht zurück sonst seid ihr tot tötet das mädchen fast geschafft jetzt nicht nachlassen Ach komm! Da kann sie wieder nicht zuschlagen, ne? Grenzdebile Freundes. Wir brauchen jeden einzelnen Mann. Tötet die Leute! Siehst du einen Ausweg, Sophia? Nein, noch nicht. Du hältst uns jetzt nicht auf! Ihr werdet ihr büßen! Ihr macht einen Fehler! Bleib ruhig! Beherrsch dich! So. Das wird böse entnommen! Es muss einen Ausweg geben! Dann finde heraus, wo! Amicia, lass mich helfen! Nein, du bleibst hier! Beendet das Recht! Wenn wir hier Blut vergießen, belohnt uns der Sohn vielleicht! Zurück! Sonst seid ihr tot! Tötet das Mädchen! Fast geschafft! Jetzt nicht nachlassen! Lass uns gehen! Wir können es beenden! Sie hören dir nicht zu! Sie sind zu dumm! Guck! Sie sind gut, ich schienf banks! Sie sind gut. Guck dir! Guck dir! Guck dir! Guck dir! Guck dir! Ich versteh es nicht. So. 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 So, wie kriege ich den jetzt flying? So. Ach komm. So. So. Klar, ich schieße dir auf den Fuß und du kannst abwehren. Easy. So. 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 kommen. Ich hasse es. Propaganda-Ponder. Servus. So. Bleib ruhig. Beherrsch dich. So. 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 Okay. So. Lass uns gehen! Wir können es beenden! Sie hören dir nicht zu! Sie sind so dumm! Hört auf, verdammt! Was habt ihr getan? Das Ritual ist nicht vollendet! Ihr werdet alle sterben! Beruhige dich, Ugo! Sophia, bitte! Bleib unten, Ugo! Lass mich ihr helfen! So, komm her! Ach, komm! Ach, komm! Ich kann sie auch töten! Ugo, sie macht das! Er hält nicht durch! Ich muss es schnell beenden! Es sind so viele, lass mich helfen! Nein! Schließ deine Augen und halt dir die Ohren zu, ja? Ich kann sie alle töten! Die Ratten! Wollen es! Abyssia! Die Zeit drängt! Gah! So! 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 Wie wäre es, wenn du einfach, wenn ich es dir sage? Ach komm jetzt! Meine Fresse! Meine Güte, muss ich jetzt die ganze Scheiße wieder machen, ja. Siehst du einen Ausweg, Sophia? Nein, noch nicht. Du hältst uns jetzt nicht auf! Ihr macht einen Fehler! Bleib ruhig! Beherrsch dich! So. Okay. Das wird böse enden, Amicia! Es muss einen Ausweg geben! Dann finde heraus, wo! Amicia! Lass mich hängen! Nein, du bleibst hier! Beendet das Ritual! Ja, ja. Vergießen belohnt uns der Sohn vielleicht! Zurück! Sonst seid ihr tot! Tötet das Mädchen! Fast geschafft! Jetzt nicht nachlassen! Lass uns gehen! Wir können es beenden! Sie hören dir nicht zu! Sie sind zu dumm! Hört auf, verdammt! Was habt ihr getan? Das Ritual ist nicht vollendet! Ihr werdet alle sterben! Beruhige dich, Igo! Sophia, bitte! Bleib ruhig, Igo! Lern mich ihr helfen! Gut, dann kommen noch mehr! Ja! Zeig's ihnen! Beruhige dich! Denk daran, was deine Schwester gesagt hat! Wer zum Teufel seid ihr? Wir kommen hier nicht raus! nicht durch ich muss es schnell beenden rechte ich kann ich kann ich kann ich könnte innerlich bin ich gerade so richtig schön an regt mich nicht auf und sterbt einfach ihr macht einen fehler bleib ruhig beherrsch dich das wird böse enden amicia es muss einen ausweg geben dann finde heraus wo zurück sonst seid ihr tot das mädchen fast geschafft jetzt nicht nachlassung lasst uns gehen wir können es beenden sie hören dir nicht so sie sind zu dumm nicht durch ich muss es schnell beenden nein schließt deine augen und halte die ohren zu ja ich kann sie alle töten die zeit drängt es ist zu gefährlich ich warne dich damit du sagst mir gar nichts sie ist meine schwester höh auf so viel So. Na endlich. Ich muss sie töten. Sie sind schon tot. Es wird alles einstürzen. Wir müssen hier weg. Der Kleine hat schon echt drauf. So. Gott. Ich dachte schon, ich hört nie auf. Auf dem Wasser sind wir zumindest sicher. So. Nochmal willkommen, Propaganda-Panda. Sorry, war gerade innerlich ein bisschen leicht aufgewühlt. Danke. Hey. Gehen wirst. Meinetwegen. Ganz ruhig. Jetzt hör mir mal zu. Ihr beide seid wirklich einzigartig. Und aus irgendeinem dummen Grund kann ich euch gut leiden. Und das, obwohl euer Leben gerade echt scheiße ist, oder? Macht mir aber nichts. Auch die seltsamsten Dinge geschehen aus irgendeinem Grund. Seefahrergeschichten sind voll davon. Und jetzt? Solltest du dich endlich beruhigen und auf die Erwachsenen hören. Klar? Ei, ei, Captain. Und du bist keine verfluchte Armee. Okay. Er sieht zu dir auf, ja? Und wenn dein Todestrieb seiner wird, dann passiert das hier. Und das wird wirklich Folgen haben. Also, ähm, wirst du bleiben? Sag es nicht zu laut. Dankeschön. Ihr könntet mich eigentlich ablösen. Ne, ne, du magst das super. Ich hab noch so einen leichten Tennisarm vom Steinschleudern.